Das macht er wirklich gut heute. Ja, schwacher Ball hier. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist das Tor und da ist vielleicht schon der Sieg. Ja, ja, Wolf, blicken wir auf die Uhr. Ich glaube, das wird jetzt...